Ohhhh! Ein Stuhl. Da angreifen. Jetzt werdet ihr leiden. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Eure Pein wird ohne gleichen sein. Jetzt werdet ihr leiden. Mein Leben für Nersul. Könnte mal das ausbauen. Das wäre doch eine Idee. Sprecht, Dummkopf. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Endlich. Vorsicht. Klasse. Jetzt. Ausbau abgeschlossen. Kann ich hier Spinnen und Gule herstellen. Und hier kann ich die verbessern. Vielleicht dort gleich mal. Und jetzt kann ich auch den Tempel und das Schlachthaus bauen. Wenn ich Gold hätte. Ich könnte es bauen. Wenn ich Gold hätte. Ja. Was hat was? Ich buche ihn. Hahaha. Ich hab's. Ich buche ihn. Hahaha. Ja. Dann brauche ich mir mal eine Armee zusammen. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist das diesmal? Und dann geht's los. Ich hab's nur zu dienen. Es ist mehr Gold erforderlich. Ach man. Sammelt mal schneller. Bauschung abgeschlossen. Mein Schicksal ist besiegelt. Mein Schicksal ist besiegelt. Euer Befehl. Meister. Ich gehorche mit Freuden. Ja. Meister. Vorsicht. Ah. So, einer ist vorbei. Hier kann ich jetzt noch kaufen, weitere Zeppeline oder Randaliergoblin kann Kabum gegen Landeinheiten und Bäume benutzen, aber ich glaube, das will ich nicht. Kabum, aber so eine, nämlich mehr. Oh mein Gott. Ja, und jetzt angreifen. Go, go, go. Ja, reparieren. No, not you. So, was baue ich denn jetzt noch? Noch ein paar von denen. Und dann. Und ein Schlachthof drauf. Das passt nur mal schön. Auch man kann so viel machen und ich habe kein Gold. Das ist doch blöd. Rein mit euch. So. Euer Befehl, Meister. Ich wünsche nur zu dienen. Ich kann es gleich noch so ein Ziggurat bauen. Euer Wille, gescheerte Lappen. Die Toten sollen dienen. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich wünsche nur zu dienen. Ja genau, also wenn man hier eben rechts klickt, dann repariert der automatisch alles in seinem Umfeld, das kaputt ist. Und da der jetzt hier eh umsonst, also nix machen kann, weil in so einer Goldminie nur 5 arbeiten können gleichzeitig. Und der jetzt hier nur blöd rumsteht, ist der als Reparierbot ganz gut. So, dann versuche ich es nochmal. Mit einem Angriff. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was ist es diesmal? Das ist schon besser. Jetzt, Frostmorg. Der wäre jetzt ja eigentlich so ein... Ach, kommt. Jetzt ist dieser nervige Turm in der Neuen. Uncool. Ich hoffe, die Türme schaffen das hier. Sprecht, dumm Kopf. Offentlich taugt das was. Vorsicht. Eure Pein will ohne Reichen tun. Haha, coole Türme. Vorwärts. Ja, so ein Freude-kaputt-macht-Ding wäre schon von Vorteil. Irgendwie. Sprecht, dumm Kopf. Vorsicht. Das ist schon besser. Was ist es... Die Schatten sollen dienen. Offentlich taugt das was. Was ist des Schattens begehen. Das muss kaputt. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, dumm Kopf. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. So. Das ist mehr Gold erforderlich. Sprecht, dumm Kopf. Das ist mehr Gold. Ich hoffe, das ist eine ciao. Ansonian hat das mit 10-10-10-11-12-13-15-18-19-19-1919-2019-1919-1919-2019-1919-1919-1919-191919-1919-2019-1919-191919-2019-1919-191919-1919-1919-201919-1919-1919-201919-2019-1919-191919-19192019-2020.